Was geht, was geht. Endlich wieder in Block. Unsere Reise nach Dubai 2022. Leute, wir sind in Dubai. Hamzas Traum seit Jahren. Ich habe mich mitziehen lassen, weil ich erst mal so, ah Dubai, ich weiß nicht. Und jetzt bin ich hier seit ein paar Stunden und denke mir so, was? Was ist hier los? Schönes Wetter, Hammergebäude. Und wir machen jetzt hier eine Foodtour. Wir gehen jetzt zu den gehyptesten Restaurants, aber auch zu den Geheimtipps in diesem Video. Das heißt, falls ihr auch mal in Dubai seid, guckt euch das Video an und dann seht ihr, ob es sich lohnt oder nicht. Und zuallererst gehen wir jetzt zu diesem gehypten marokkanischen Restaurant. Baba Mansoul ist hier um die Ecke. Also unser Hotel ist wirklich hier ein paar Fußmeter weit entfernt und da gehen wir jetzt als erstes hin. Also der Laden ist schon gut besucht. Erstmal dachten wir uns so, boah, hier ist ja gar nichts los. Es ist gerade 14 oder 15 Uhr, aber da ist echt das erste Mal was los. Das ist eigentlich marokkanisch, ne? Marokkanisch, ja. Wir sitzen jetzt in so einer richtig schönen orientalischen Ecke, aber man sitzt so ein bisschen tief. Aber ist nicht schlimm, wir bleiben jetzt hier, oder? Also wir haben jetzt hier so ein Tablet bekommen, da kann man dann auswählen, was man möchte. Also hier kann man jetzt auswählen. Ich glaube, ich nehme eine Etage hin auf jeden Fall. Oh, das ist geil. Oh, das ist geil. Oh, das glaube ich in das, ja. Wir haben uns jetzt hier die komplette Vorspeisenplatte einmal gegönnt. Das sind so verschiedene, einerseits Salate, andererseits aber auch so Antipasti. Und da ist unter anderem halt so mit Kartoffeln, Rote Beete, also ganz viel mit Gemüse dabei. Auf jeden Fall bekommt man hier automatisch auch ein Brot mit dazu. Ist halt super zum Dippen. Und auch noch als kleine Aufmerksamkeit hier was Süßes, typisch marokkanisches Gebäck, Chebeckia. Und eine Dattel mit dazu. Und Hamza probiert gleich für euch die berühmte marokkanische Harida-Suppe. Probieren wir mal die leckere Harida-Suppe. Mal gucken, ob die auch lecker ist. Also Hamza ist schon ein großer Maßstab. Es sind zwar keine Marokkaner, sondern Palästinenser. Aber trotzdem hat Hamza ist nochmal die Harida-Suppe so gut drauf. Ich bin mal gespannt, was es gibt. Also ich bin mit Harida aufgewachsen, weil viele meiner Freunde Marokkaner sind. Und die ist echt gut. Das ist wirklich gut. Da ist auch Fleisch mit drin. Aber auch nicht viel. Das ist eins, das mir fehlt, noch ein bisschen Zitrone. Das ist perfekt. Ja, und dann guck mal da. Das ist echt gut. Also wie bei der Linsensuppe gönnt man sich das mit so was Saurem, also Zitrone oder Limette. Jetzt ist sie gefällt. Das ist echt gut. Boah, die schmeckt richtig gut. Lecker, ne? Das ist eine super reichhaltige Suppe. Da sind Kadennudeln drin, ein bisschen Fleisch, Tomaten, Koriander. Richtig lecker. Auberginen. Also hier sind Auberginen drin. Das schmeckt so lecker. Schmeckt alles super frisch. Also man merkt einfach, dass es auch super gewürzt ist. Es wird schon sehr gehypt, das Restaurant. Und gerade dann ist man immer so ein bisschen so, ah, ist das wirklich so. Also bis jetzt, wir sind zwar erst bei der Vorspeiser, bis jetzt ist es eine 10 von 10. Also hier sind Auberginen, dann haben wir hier rote Beete. Das ist Peperoni-Tomate, gar nicht scharf. Hier haben wir Kartoffeln und Süßkartoffeln. Also ich weiß nicht auf Sachen, dass ich Hunger habe, aber hier schmeckt alles voll geil. Wir haben die zwei beliebtesten marokkanischen Gerichte bestellt. Bastilla ist ein, ähm, so Hähnchen in Filoteig. Süß, aber auch herzhaft. Also hier seht ihr auch Puderzucker und Zimt. Es mag einem komisch vorkommen, aber es ist so eine geile Kombination. Hier der knusprige Filoteig. Hast du das schon mal abgedreht? Ich habe das schon zweimal abgedreht und sogar einmal in meinem Kochbuch drin, weil ich das so geil finde. Geil, teig. Boah. Echt gut? 10 von 10. So, der will wirklich spannend, oder? So, jetzt müssen wir die Tagine probieren. Guck mal, die brutzelt noch ein bisschen, ne? Ja, die Tagine ist mit Kalb und mit süßen Pflaumen, süß-herzhaft, ne? Mh, butterweich. Boah. Lecker. Das Fleisch hat ganz viel Eigengeschmack. Es wird nicht übertönigt von 1000 Gewürzen. Butterweich. So lecker. Hamza, du musst jetzt auch probieren. Erstmal die Bastilla probieren. Mh, mh. Feierlich. Sehr frisch. Sie ist einfach perfekt, oder? Mh, du merkst auch, dass sie frisch zubereitet ist. Nicht einfach aufgewärmt wurde, oder so, weißt du? Aber diese Kombination aus süß-herzhaft ist so geil. Heftig. So, probier ich, was ist das? Okay, das ist echt weich. Mh, die Pflaumen gehen immer so ein bisschen süßer ab, ne? Lecker. Wirklich sehr gut. Sehr, sehr lecker. Es ist natürlich ganz normal, mit den Händen einfach reinzudippen. Ja, es ist schon mal ein edleres Restaurant, aber keiner guckt euch schief an, wenn ihr da mit den Händen reingeht habt. Es ist im Gegenteil, aber ganz normal. Einfach rein in den Mund. Uff. Aber... Nach Tisch? Chebeckia. Ja, gibt's auch ein Rezept von mir, ist ewig her, aber ich würde es immer noch genauso machen. Voll geil. Lecker? Sehr geil. Das ist jetzt eine Mejjul-Dattel, die ist richtig saftig. Pack ich mir jetzt ein für harte Zeiten. Nein, aber ganz ehrlich, das wird doch eh, ich weiß nicht wahrscheinlich, das wird eh in den Müll wandern. Wir nehmen uns das jetzt mit, wenn wir ein Hotel hochkriegen heute Abend, dann teilen wir uns die. Let's go! Ey, jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, wie, du fliegst nach Dubai und gehst beim Five Guys essen? Was ist mit euch los? Wir haben das letzte Mal, glaube ich, vor 7,5 Stunden gegessen. Wir haben 10.000 Kilometer hier auf dem Tacho. Und ich hab noch nie bei Five Guys gegessen. Und wir haben noch nie bei Five Guys gegessen. Ich muss sagen, direkt ein Punktabzug, weil das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. So, man isst schon hier. Anstatt ein Tablett zu kriegen, gibt's dann so eine Tüte, dann wurden die Pommes hier in so einen Trinkbecher voll lieblos reingetan. Die Hälfte liegt da. Aber das ist typisch Five Guys, das ist in Amerika auch so. Ja, aber ich meine, okay, cool, Amerika-Lifestyle. Aber muss man also alles übernehmen? Ich meine, so Burger in Alufolie, finde ich schon direkt nochmal einen Punktabzug. Das ist einfach ein Tabu. Da gibt's doch diese anderen Five Guys, ich weiß nicht, was da heißt. Shake, Shake. Shake, Shake oder sowas. Ich weiß nicht, keine Ahnung wie heißt es. Auf jeden Fall haben wir Hunger und wollten jetzt einfach nur was Schnelles auf die Hand. Aber einfach, guck mal, als ich spiel in der Schule war und meine Mutter mir mit einem arabischen Brot eine Alufolie gewickelt und mein Butterbrot gemacht hat. Und die ganzen Albans in deiner Klasse haben gesagt, was ist das, Alufolie? Aber als ich das aufgemacht hab, wollten wir was haben, ne? Ich sag mal so, die Südländen hatten immer das geilste Pausenbrot in der Schule damals. Lieblos morgen, lecker. Ich hoffe mal, das trifft ihr auch zu, Lieblos oder lecker. Ich kann nur noch mal, der hinter mir haut auch ein. Ja, ich muss sagen. Der hinter mir haut auch ein. Das Brot überzeugt mich leider gar nicht. Das Brot ist einfach so, kennt ihr das ganz früher, wenn ihr im Supermarkt Burger, ihr wollt einfach Burger machen und kocht euch so das erstbeste weiße Brot im Supermarkt. Genauso schmeckt das leider auch. Und das Fleisch ist auch nicht so geil. Ich will nicht so unsympathisch rüberkommen, aber 2 von 10. Es ist noch eine gute 2 von 10. Vergleich zu McDonalds? Vergleich zu McDonalds? Vergleich zu McDonalds gleich schlecht. Also ich weiß, du hast wahrscheinlich lange geschmeckt bei McDonalds gegessen. Ich auch nicht mehr. Vor 10 Jahren oder so. Aber wie schmeckt's? Beides gleich schlecht. Also ich weiß, wie ich gerade rüberkomme, aber ich so, ich brauch ja hier nix lügen oder so. Also ich muss sagen, guck mal, früher hab ich echt bei Burger gegessen bei McDonalds, ne? Irgendwann haben meine Eltern erklärt, ey, hör auf damit, ne? Hab ich auch gehört. Aber ich hab ehrlich gesagt die Burger von Burger King mehr gefeiert. Schmeckt das wie Burger King? Naja, ich weiß nicht. Jetzt wo du's sagst, könnte so an Burger King-Charakter, ich kann mich aber nicht mehr ganz verändern. Okay, lass ich klein probieren. Dann kommt da ein Burger King-Charakter an. Probier du mal! Das ist voll Burger King-Charakter. Das ist nichts Besonderes. Du leißt, ich liebe Traumco, ich liebe Burger oder das, ne? Und ich finde, die Burger sind normal viel, viel besser, viel, viel leckerer als hier, der hier. Der ist hier wirklich schön. Also ich muss aber abschließend nochmal sagen, preislich zahlt man ja bei so einem Five Guys auch nur einen Bruchteil von dem, was man jetzt bei so einem Traumco bezahlt, wo das Brot selbst gemacht wird. Der Preis wird selbst gewollt. Der Preis wird selbst gewollt. Die sind auch teuer hier. Dafür, dass wir in Dubai sind? Ja, klar. Nein, auch in Deutschland meine ich, sind die auch teurer. Echt? Ich kenne die Preise in Deutschland nicht. Also ich meine, die sind teurer. Ja, okay. Fazit, spart euch das. Ja, ganz ehrlich. Spart euch das einfach. Ihr könnt doch gleich nach McDonalds gehen. Nächster Tag. Jawolle! Da oben. Wieso machst du da unten? Ach so. Einfach Scan Kiki, einfach Scan. Ich würde sagen, ich fahr einfach los. Geht das? So, cruisen wir jetzt durch Dubai? Wir cruisen jetzt. Aber nicht so schnell, ne? Ja. Die Grenzen haben wir. Ja, ne? Straßenweg und vorne. Genau, weil wir uns mal hinweg machen. Und, macht Spaß? Ja, richtig geil, der Fahrtwind. Ein bisschen kalt, muss ich sagen. Aber ist geil. Ja, das ist echt kalt. Ich glaube, es ist klar. Ja. Also wir sind jetzt gerade in der Cheesecake Factory. Ich persönlich kenne das durch Big Bang Theory. Auf jeden Fall gibt es hier mega geile Cheesecakes, aber wir haben auch Hunger und es gibt auch herzhafte Dinge und daher bestellen wir jetzt erstmal was Herzhaftes zu essen und dann probieren wir, glaube ich, zwei. Zwei der beliebtesten Cheesecakes hier. Also wir haben jetzt als Vorspeise frittiertes Blumenkohl auf koreanische Art bestellt. Sieht aus wie Hähnchen. Sieht aus wie Hähnchen. Ist aber Blumenkohl, schmeckt richtig gut. Also können wir uns auf jeden Fall bestellen, wenn man hier ist. Richtig gut für zwischendurch. Und dazu haben wir Mini-Burger mit Coleslaw-Salat innen drin, mit Fleisch und mit frittiertem Gemüse. Und ich glaube, das sind Brioche-Banks. Sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Boah, die haben hier richtig schiefgemacht. Schön aus, aber... Bisschen Hähnchen, ne? Und dazu ist eine Schicht Pastelma. Was ist das? Plus diese Coleslaw-Salat drin, ne? Geile Kombi. Richtig geil. Als ob der gerade vom Grill kommt. Wir besuchen Palm Jumeirah. Wir sind jetzt hier bei Palm Jumeirah oder Jumeirah Palm? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt erstmal hier einen Kaffee gegönnt. Und zwar einen Kaffee in einer Waffel. Ihr seid der Zeuge, wie ich das komplett verschütte, ja? Die Schokolade schmilzt da drinnen gerade. Geil. Boah, richtig geil. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das wäre einfach nur so cool zum Ansehen. Voll gut. Hör mal, Hamza. Was ist das denn hier auf alles? Das kam jetzt voll unerwartet. Boah, das ist heftig, ja? Die Schokolade schmilzt echt. Das ist voll geil. Du hast ja Pistazien-Kaffee. Schmeckt man die Pistazien auch aus? Bisschen. Leicht, ja. Aber ist auch gut so. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Okay, geil. Oh, zwei Löffel. Hör mal. Wir haben unsere Kiki's Cream Löffel vergessen. Boah, jetzt machen die gleich ein Wasser. Schau, deswegen ist das ein bisschen lauter hier. Aber das ist einfach ein Keks. Cookie, ne, Kiki? Einfach ein flacher Cookie mit Eis. Richtig warm und heiß. Schoko-Geschmack? Boah, schon geil, ehrlich. Ganz ehrlich, 9,5 von 10. Ganz ehrlich. Boah, was? Ey, mach das mal nach, das ist richtig geil. Wenn du sagst 9,5, dann ist das heftig. Mach das unbedingt mal. Guck mal, ganz frische Guacamole. Ey, die Stimmung ist doch genial hier, ne? Du vergesst nicht, ja. Die Stimmung ist doch genial hier, ne? Aber wir wollten eigentlich nach Mexiko fliegen, ne? Ja, Mexiko ist in Dubai. Boah, ich hab das gar nicht erwartet. Ich hab einfach gedacht, ach ja, typisch mexikanisch, jetzt eine Guacamole bestellen. Und dann kommt einfach so ein Service, find ich richtig cool gerade. Mit Live-Band, das soll aber Mexiko werden. Mit Live-Band. Oh mein Gott. Es ist riesig. Mit zwei Personen. Krass. Damit wir auch nicht kleckern. Schön das Tuch hier auf den Schoß. Danke. Oh, das hatte ich schon voll vergessen, dass wir das bestellt haben. Ey, ich glaub das reicht eigentlich noch für Leute. Das Ding ist ja, also auf dem Tablet sah das so klein aus, die Portionen. Jetzt gönne ich mir mal die Guacamole. Crispy. Das ist die Guacamole, frisch zubereitet. Und? Ein Traum. Er ist so frisch. Die Limette perfekt abgeschmeckt, ohne dass sie abgeschmeckt hat. So, der Onkel Hamza friert, deswegen braucht er eine Decke. Die Decke ist sogar mexikanisch angehaut. Alter, da ist doch Kohle drinnen. Ey, Alter, wie stabil der ist, ne? Mais. Mais? Was ist da drauf? Cheese, yes? Ja, das ist wie... Mayonnaise. Mayonnaise, okay. Ja, so ich weiß nicht, wie das schmeckt. Wie Chili? Nein, es ist nicht Chili. Nicht Chili? Okay. I will try. Boah, das sah richtig smooth aus. Also man merkt, dass Mayonnaise drauf. Salzig, was Süßes. Ich weiß nicht was. Es dampft dabei, ne? Ist das nicht heiß? Es ist immer Süßes dabei. Vielleicht ist der Mais süß. Ganz ehrlich, richtig lecker. Du merkst auch den Kohle-Geschmack noch. Geh drüber. Was ich ehrlich gesagt richtig süß finde, ist, dass wenn Hamza so Taste Test macht, dann guckt ihr immer mich an. Dann seht ihr so, der guckt an der Kamera vorbei. Und ich gucke immer straight zu euch. Ich hab nur Ohren für dich. Ich lieb dich halt. Geil. Ist irgendwie cool, ne? Es ist so, man kann es gar nicht beschreiben. Und irgendwas Süßes, ne? Also süß ist, glaube ich, der Mais. Aber da ist irgendwie Pfeffer oder sowas. Irgendwie Pfeffer. Irgend so eine richtig... Also sie konnte das selber nicht beschreiben gerade. Man kann das wirklich nicht beschreiben. Nein, auch die Kellnerin wusste nicht genau, was ein Flavor das war. Also was für ein Aroma. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das so krass passend finde. Jetzt für meinen Geschmack. Mayu mit Mais. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie ist das schon sowas Neues, ne? Ja. Muss man auf jeden Fall mal ausprobieren. Was geht hier? Ich dachte, wir sind ja Nusret genannt oder was? Mexikanisches Nusret. Maybe a little bit. Ja. Ich wollte eigentlich nur Tacos bestellen. Ich schwöre, ich wollte nur Tacos bestellen. Okay. Wir essen das erste Mal Knochenmark. Ich glaube, es ist ganz typisch in Mexiko, dass man Tacos mit Knochenmark isst. Und das Ganze wurde gerade flambiert. Soll ich mal Knochenmark ganz normal ohne alles probieren? Das ist lustig, weil eigentlich ist es hier drinnen so flüssig. Und wenn ihr es lange auf dem Löffel habt, dann ist es so wie Kerzenbacken. Schmeckt nach so, wenn ihr eine Suppe kocht mit Fleisch und dann so einen Sud habt. Genauso schmeckt das. Also sehr aromatisch. Jetzt probieren wir mal einen Taco. Sie hat auch gerade was vom Knochenmark drüber geträufelt. Man sieht das hier in der Mitte. Sieht echt aus wie Kerzenwachs. Boah. Schmeckt total nach dem Fleisch. Man muss am Fleischfern sein. Sorry, die Musik ist ein bisschen laut, deswegen haben wir gewartet auf den richtigen Moment. Also wenn ihr Fleischliebhaber seid, ist das genau was für euch. Man schmeckt die Avocado leicht raus, ein bisschen Säure ist dabei. Das Brot ist komplett selbst gemacht. An sich ist es echt geil, aber man muss wirklich Fleischfan sein. Man merkt, hier ist riesigeres Fleisch. Hier merkst du richtig, da ist das Cholesterin drin. Deswegen verstehe ich auch den Preis hierfür. Übrigens Leute, Knochenmark ist super gesund. Es ist voller Omega 3, guten Fetten und Vitaminen. Wusste ich gar nicht, dachte erst mal so, boah, ist das überhaupt gesund, was wir hier gerade machen? Aber es ist sogar richtig gesund und hat sogar sehr wenig Cholesterin. Das war gerade Mole Poblano bzw. Enchiladas mit dieser Mole Poblano Soße. Die ist, das ist glaube ich das Nationalgericht von Mexiko sogar. So ganz typisch mexikanisch auf Erdnussbasis. Mit ganz vielen, ich würde schon fast sagen orientalischen Gewürzen. Anis ist drin, dann so Klassiker wie Chili und so. Es ist lecker, ja. Aber ich muss sagen, ich bin mehr so dieser klassische Typ, was Enchiladas angeht. Aber es ist wirklich, doch, es ist lecker. Aber ich würde so sieben von zehn Punkten geben. Weil ich finde so, es muss jetzt nicht mit der Soße überflossen werden. Irgendwas, irgendwas ist da. Es ist lecker, ja. Aber irgendwas ist faul an der Sache. Irgendwas ist so ein Geschmack. Und ich sage, das muss nicht sein. Genau, also ich finde auch, es ist so ein bisschen zu so... Kann sein, dass es die Erdnusssoße ist oder so, ne? Also ich glaube, das Ding ist, es ist halt diese Erdnusssoße, aber die haben noch diese tausend Gewürze mit drin. Ich bin immer so ein Fan von manchmal weniger ist mehr. Aber ich darf nicht sagen, weil das ist das Nationalgericht der Mexikaner. Oh, ey. Vorsichtig, Vorsicht. Nicht, dass dieser eine Typ kommt, dieser Mafia wird. Also wenn du jetzt entscheiden könntest, die Enchiladas mit dieser Soße oder die Knochenmark-Tacos, was würdest du wählen? Ich glaube, ich würde die Knochenmark-Tacos wählen. Ich finde alles lecker, Herr Chapo. Alles. Also eine Tendenz? Chapo, alles ist lecker. Ich sage nichts mehr dazu. Es ist nur Leben. Okay. Aber die Guacamole ist ja am besten. Und das war unser Besuch im gehyptesten mexikanischen Restaurant in Dubai. Also ich muss sagen, du merkst, es ist eine frische Zutat. Es ist hochqualativ, das Fleisch auch und alles drum und dran. Aber ich weiß es nicht, ob es das Geld wert ist. Weil es schon recht teuer ist, muss ich sagen. Also es ist das Geld wert, hinzukommen. Klar, die Stimmung ist cool. Man denkt, man ist in Mexiko. Aber lohnt sich das fürs Geld? So wenn jemand, wenn jemand, wenn jemand das Geld scheißegal ist, sage ich mal so, dann ist es egal. Dann soll er hinkommen, würde er gerne essen, probieren, lohnt sich. Aber wenn man jetzt auf den Cent achtet, dann würde ich das nicht empfehlen, hier zu kommen, ganz ehrlich. Das zahlt ja auch hier viel für das Intentation, also für die Stimmung und für den Service. Das merk man. Also wenn ihr in Dubai seid, unbedingt Manaish essen. Das ist so lecker. Das ist einfach dünner Teig, sehr heiß gebacken. Das ist die arabische Pizza. Arabische Pizza. Teilweise bei 300 Grad wird das gebacken und ganz typisch sind diese drei Varianten. Einmal mit Sartat, das ist eine Thymian-Mischung mit auch Sesam mit dabei, ganz viel gutes Olivenöl. Und Käse, das ist Akawi-Käse, der ist auch ganz speziell. Und die dritte Variante wäre jetzt mit Hackfleisch gewesen, die haben wir jetzt nicht bestellt. Oder eine Mohammara, das ist so eine rote, schärfe Soße. Tomatenbelag, ne? Und man isst das halt einfach so, also braucht es jetzt nicht in irgendwas dippen, schmeckt einfach richtig lecker. Boah, geil. Können wir mal bitte über dieses Konstrukt sprechen? Hier ist einfach in der Mitte heiße Schokolade, oben so eine flambierte Baiser-Schicht. Dann haben wir hier rechts noch einen glasierten Donut. Und weil das auch noch nicht genug ist, sind hier links noch Pekanüsse mit Karamellüberzug. Ich will nicht wissen, wie viele Kalorien das hat. Boah! Ey, der Kakao ist so süß, viel zu süß leider. Also arabische Süße. Ja, richtig arabische Süße. Aber eher türkische Süße. Türkisch ist noch ein bisschen süßer, wenn ich sage arabisch. Ja. Die marokkanische Süße. Marokkanische Süße. Boah! Ciao! Es schmeckt nach richtig, richtig süßem Kakao, als würde man Kakao nehmen und Zucker on top nehmen. Also ist es vor so einem Weihnachten-Ding oder was? Willst du auch mal probieren? Nö. Ich will keinen Diabetes. Die schmecken richtig gut. Die habe ich gerade eins zur Probe bekommen. Und glasierte Donut, ja. So eine sehr feste Karamellschicht. Ich bleib dir treu, ich esse nie woanders. Also es gibt ja Mochi und mittlerweile gibt es auch Mochi Donuts. Und die probieren wir jetzt. Ey, hast du Klamotten gekauft oder was hast du gekauft? Ich glaube ich habe so eine edle... Oder hast du aber Rituals gekauft? Ein edles Juwelier oder so. Das sieht ja heftig aus. Oh mein Gott. Ich bin voll enttäuscht. Es schmeckt total alt. Also ich glaube es liegt auch schon länger da. Ich bin mir sogar fast sicher, dass es schon länger im Schaufenster lag. Ich glaube es ist auch so ein härterer Teig. Ich glaube es ist kein Donut-Teig. Also es müsste viel... Also Donut-Teig ist viel fluchtiger. Das sieht man auch. Guck mal, das sieht eher aus wie ein Kuchen eher. Oder mehr so ein... Keine Ahnung was. Eigentlich ist es wieder nur so ein neues Aussehen. Ein neuer Name. Und zack fällt man drauf ein. Nein, nein. Der Teig ist einfach nur schlecht. Der Teig müsste anders sein. Dann wird es schmecken. Challenge. Challenge. Ich mache das. Nur besser. Also der wackelt jetzt nicht, weil der aus dem Kühlschrank kam. Aber ich mache das einfach mal rein. Boah, andere Liga. Nicht so gut wie das an Sebastian Schießkeck, aber unnormal fluffig. Wir sind gerade bei Brunch and K. Ich nehme ein bisschen was vorweg, ja? Ihr müsst hier herkommen, wenn ihr in Abu Dhabi seid. Also wir haben jetzt schon zwei Torten bestellt. Wir haben was zu trinken bestellt. Die Einrichtung ist einfach Instagrammable. Und damit werben die auch. Das finde ich cool. Man kann schöne Fotos machen. Nicht nur für Instagram, sondern auch halt so. Privat. Und ich habe mir hier einen Eist-Karamell-Latte bestellt. Da könnt ihr auswählen zwischen Mandelmilch, Hafermilch, normalemilch etc. Haben sie? Was ist du? Eine Vanille-Eist-Latte. Mit Vanille? Das hast du gar nicht probiert, ne? Ja, ich probiert. Das ist lecker. Auf jeden Fall schmeckt es super. Und die machen halt wirklich alles selber und frisch, ne? Das ist keine gelieferte Ware oder so. Das schmeckt man auch. Ich habe einen Carrot Cake bestellt. Der schmeckt echt sehr lecker. Man sieht sogar die Vanillepünktchen, also das Vanillemark. Sagt er schon, dass darauf geachtet wird, dass da auch so die ganzen… Hier sind noch Rosinen drin und es schmeckt einfach total frisch und lecker. Und Hansa hat sich einen Pistazien-Rosen-Tease Cake bestellt. Das da drüber ist Kadayiv. Das sind ganz feine Teigfäden. Also das ist schon den Hype wert. Das ist ein sehr gehypter Laden, muss ich sagen. Es ist den Hype absolut wert, weil es ist nicht nur schickimikim nach außen, sondern zum Beispiel dieser Kuchen. Der schmeckt so gut, so cremig, frisch. Mega. Auch die Portionen sind halt riesig, ne? Riesenportionen, ja. Ja. Aber die haben wirklich eine tolle Auswahl, auch herzhafte Sachen. Und es sieht halt wirklich super schick aus. Gegenüber habt ihr eine mega Aussicht. Hier aufs Wasser und ein paar kleine Boote sind da noch. Echt schön. Lecker. Und übrigens, Leute, es gibt doch in Dubai nicht nur Rosami. Also überall quasi. Also überall quasi nicht, aber… Nicht in Deutschland, aber ich finde die Überleitung gar nicht. Ist ja auch zu reden. So. Wir haben jetzt was geschickt bekommen hier aufs Haus. Das ist neu. Jetzt erzähl doch mal draußen. Was ist denn, Kiki? Er sagt, das ist so eine Art Tiramisu mit einer ganz besonderen Creme. Ich bin gespannt. Was sagt er nach? Im Mikro. Okay, sieht geil aus. Sieht lecker aus. Mhm. Und? Und? Mhm. Ja. Mhm. Ja. Es schmeckt super frisch. Nach was schmeckt das? Es ist übertrieben cremig. Es schmeckt nicht vanillig, sondern… Sieht ja vanillig aus. Sieht vanillig aus. Es schmeckt aber nicht vanillig. Ich muss noch mal probieren. Sorry, ich hab's noch nicht raus. Okay, okay. Ich krieg nicht raus, wo noch das schmeckt. Es hat ein bisschen was von Kondensmilch im positiven Sinne. Hört sich immer so langweilig an, aber… Es hat wirklich ein bisschen was von Kondensmilch. Ich weiß es nicht. Bananapudding. Irgendwas mit Bananen ist da drin, ja. Bananapudding und das sind so… Das sind keine Karamellkekse, aber das schmeckt so… Nee, Cookies ist es, glaube ich. Es hat ein bisschen was von Maulwurfkuchen, nur abgewandelt. Sorry. Ah, das war's? Yes. Oh, okay. Thank you so much. Thank you, thank you. You guys are really, really generous. Thank you so much. I hope to see you again. Thank you. Best man PJ? PJ, PJ. Yes, please. Thank you so much. That's a wonderful evening. Wie witzig. Wie süß auch, ne? Unfassbar. Wie witzig kann man sein? Ehrlich. Weil jetzt daten die Leute, guck mal, Influencer und haben jetzt hier umsonst bekommen. Deswegen machen die Werbung. Ich sage jetzt extra über die Rechnung, wie viel wir bezahlt haben. Hier Leute, das ist meine Rechnung mit Karte bezahlt. Also bevor ihr sagt, hey, ihr macht doch nur Werbung, weil ihr umsonst bekommen habt. Nein, wir haben jetzt umsonst bekommen, wir haben es bezahlt. Und der Typ ist echt super nett, wirklich. Also ich fand, ganz ehrlich, es ist nicht nur so, dass nur wir jetzt irgendwie super nett behandelt werden. Ich habe das auch bei den Gästen, man sagt ja Gäste in einem Café und nicht Kundschaft. Ich habe ja gesehen, dass die auch super nett behandelt wurden. Und jetzt haben wir aber einfach nochmal so ein Stückchen aufs Haus bekommen. Das ist doch schon gerade zu viel. Das war echt, das ist komplett voll. Aber das gönnen wir uns morgen Abend dann im Hotel. Oh, das darf man ja lieber nicht. Ab jetzt ein Abo, Tabi. Ich würde mal sagen, wir gehen palästinensisch essen, ne? Jawoll! Ist echt laut hier. Ich bin einfach nur happy gerade. Wir sind palästinensisch essen. Ich liebe palästinensisches Essen. Typisch für Palästina ist Musachen. Ich habe das auf meinem Kanal als Musachen Rolls. Also ich habe es dann eingerollt. Hier ist es einfach so mit Brot, nicht eingerollt. Ganz typisch ist das halt mit Hähnchen, mit ganz viel Sumak. Das ist Essigbaumgewürz. Ganz, ganz viele Zwiebeln. Da haben sie sich bestellt, aber das reicht, glaube ich, locker für drei Leute. Dann habe ich hier Fettet Hummus. Das ist Hummus mit libanesischem Fladenbrot und mit ganz viel Joghurt. Haben sie, was heißt Fettet eigentlich übersetzt auf Deutsch? So mixen, durcheinander bringen. Durcheinander bringen? Ja, wieso? Ich glaube, es geht so um dieses Aussehen, dass es ein bisschen durcheinander gebracht wurde. Hier ist ganz normal Joghurt und das habe ich mir bestellt. Das ist ein Gericht mit mariniertem Hähnchen, wo Brot quasi darüber überbacken wurde. Das ist ein ganzes Hähnchen. Ja, das ist ein halbes Hähnchen, glaube ich. Jetzt nimmst du quasi das Brot, nimmst du es weg, eigentlich mit der Hand. Du tust das Hähnchen inzwischen und isst das quasi. Ich bin dafür, dass du auch mit der Hand isst. Ganz normal, traditionell. Das ist auch, finde ich, das Authentischste. Also normalerweise müsstest du das jetzt so nehmen. So. Dann rollst du ein bisschen was ab vom Brot. Und ist es jetzt quasi so. Schmeckt sehr, sehr authentisch und lecker. Fast zu der Mama. Ich muss sagen, meine Mama isst das immer besser. Ich weiß nicht, wie sie sogar besser ist, oder? Das ist normal. Aber dieses Sumac ist in das Essigbaumbrot, das du ja so liebst. Das schmeckt ja so sauer etwas. Das passt aber richtig geil mit den Zwiebeln und dem Hähnchen. Muss man mal probiert haben. Die ist wirklich sehr lecker, wirklich ohne Spaß. Das ist wirklich sehr lecker, also. Und das Brot ist so halb crunchy und halb weich. Weißt du, außen ist so richtig crunchy und am Ende ist so ein bisschen weicher. Das ist auch so typisch für Jezene Budak. Der macht auch viel solche Gerichte. Also ist viel Gemüse mit drin in einer Tomatensauce. Man sieht, die Tomatensauce ist auf jeden Fall frisch. Ein bisschen Brot mit dazu. Also ist einfach quasi im Brot gebacken worden, ne? Also im Tontopf. Ja. Im Tontopf, ich glaube schon, dass das alles vorher irgendwie gegart wurde, weil sonst keine Chance, dass das Hähnchen sonst gar wird. Aber das Brot on top wird, glaube ich, dann nochmal im Holzofen gegart. Schmeckt unnormal frisch. Wirklich unnormal frisch. Was ist da drin? Es ist wirklich so eine relativ flüssige Tomatensauce mit Champignons, mit Gemüse, Paprika, Hähnchen. Das Hähnchen ist relativ weich. Kleine scharfe Kritik. Das hätte, glaube ich, ein bisschen mehr so zergehen können. Aber alles gut. Also das Brot ist super lecker darüber. Es wird natürlich sehr aufgeweicht hier durch die Tomatensauce. Das finde ich aber gar nicht schlimm. Ich muss aber auch sagen, dass das jetzt nicht typisch Paisernes ist. Das ist eher schon so ein arabisches Gericht, was viele arabische Länder essen. Typisch Paisernes wäre zum Beispiel Mensaf gewesen, aber das wollten wir nicht. Aber Mensaf wäre geil gewesen. Das war einfach eine zu große Portion. Ja, Mensaf ist da so eine Joghurtklumpen quasi. Genau. Aber das ist auch sehr, sehr lecker. Also Fette ist immer eine gute Idee. Auch zum Frühstück. Joghurt mit Chomboos, also mit Kichererbsen und arabischem Brot. Und es ist kalt. Es gibt es auch mit Fleisch, aber wir wollten es vegetarisch. Barriere hat man Fleisch haben. Mmmh. Lecker. Knoblauch ein bisschen auch, ne? Mhm. Wollte ich gerade sagen. Knoblauch. Mundbruch-Alarm. Heute kriege ich keinen Schmerz mehr von mir. So Leute, wir essen und genießen jetzt. Also Empfehlung? Top. Kommt auf jeden Fall her, wenn ihr in Dubai seid. Wir sind jetzt gerade im Zaya-Café. Das ist so der Instagram-Traum pur. Weil jede Ecke sieht einfach richtig süß aus. In jeder Ecke möchte man einfach Fotos machen. Und auch das Essen sieht richtig gut aus. Wir haben noch nicht probiert. Wir sind hier zum Frühstücken. Ich habe mir ein Cappuccino bestellt. Ganz kurz, ganz kurz. Wenn ihr merkt, da ist irgendein Ton im Hintergrund die ganze Zeit. Das Ding macht irgendwie Geräusche. Das weiß ich nicht. Okay, lasst euch daran nicht stören. Klar. Die haben auf jeden Fall schon einen Flusspunkt, weil die ganze Zeit Boys Avenue im Hintergrund spielt. Hamza hat sich hier eine Pistazien-Latte bestellt. In Dubai gibt es... Pistachio-Latte. Pistachio-Latte. In Dubai gibt es den irgendwie in jedem Café. In Deutschland ist es noch nicht angekommen. Vielleicht schwappt es ja rüber. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat Hamza sich hier Shaksuka bestellt. Oh, die Pfanne ist heiß. Oh mein Gott. Hast du angefasst? Ja. Hier mit selbstgemachtem Pita-Brot. Shaksuka ist eine Eierspeise mit Tomaten, mit Zwiebeln, also mit ganz viel Gemüse noch mit drin. Also ganz viel Tomatenmark. Genau, ganz viel Tomatenmark. Und hier habe ich Egg Benedict bestellt mit so einem Burger-Bun unten drunter. Und da gab es noch Süßkartoffelpommes dazu. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das schmeckt richtig lecker, Kiki. Echt? Oh, den Spaß. Probier das mal so verrückt. Lass ihn mal probieren, ne? Mach mal Live-Test. Das schmeckt richtig lecker. Okay. Geil, ne? Oh mein Gott. Tauschen? Nein. Help dich. Was meinst? Noch einen Schluck. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen geflasht. Weil meistens ist es so, nach außen schickimicki und so. Aber können die auch was in der Küche? Und meins zum Beispiel. Ich habe ja das Egg Benedict. Ich habe unten drunter noch Pult-Beef mit so einem Burger-Bun. Das schmeckt alles so frisch. Perfekt gewürzt. Bei den Pommes muss ich sagen, die sind jetzt nichts Besonderes. Muss nicht sein. Aber das sind typisch früchtig, ne? Aber die sind halt auch dabei. Und Hansas Schak-Schukka habe ich auch gerade probiert. Unnormal gut gewürzt. Also ich glaube, da ist sieben Gewürz drin. Und Ras el Hanoud. Sehr lecker. Ja. Das schmeckt sehr arabisch. Sehr, sehr arabisch. Aber es ist gut. Es schmeckt sehr authentisch. Ja. Ja, und unser Ted ist auch sehr, sehr, sehr happy darüber. Alles gut bei dir, Ted? Ja, der ist auch happy. Und das ist das Wichtigste. Weil wenn er happy ist, bin ich auch happy. Weil nicht wenn die Frau happy ist, also Kiki. Nein, wenn Ted happy ist. Ich weiß, ich labere gerade Mist. Aber ich habe Hunger. Ja. 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 Danke. Baby. Ja oder die只是 21, 9, 20, 20. Untertitelung des ZDF für funk, 2017